Wen haben wir denn da? Wer könnte das so sein? Guten Abend, Ma'am. Guten Morgen! Kein Grund zur Sorge. Ich beiß grundsätzlich nicht an Freitagen. Nach Sonnenuntergang. Was führt denn eure Ruhe in diese Gegend? Meine Braut, Vasilisa. Ich weiß, ich weiß. Du konntest nicht wagen. Habe ich recht. Du hast deine Strafe verdient. Was soll ich tun? Soll ich dich fressen? Oder soll ich dir helfen? Hilf mir! Jetzt reicht es mir! Ich hab keine Zeit für diesen Unsinn! Billiger Hokus-Pokus, sonst gar nichts! Alexander! Alexander! Komm zu mir! Komm! Mara! Baby! Oh! Ah! 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 Vasilisa, ist im Schloss, der Finsternis, bei Kaschei, dem Unstandelichen! Na, komm her, Kleiner. Willst du es mal sehen? Unsere Verabredung ist jetzt völlig, meine Liebe. Ja, ja, deine Eitelkeit. Ich wusste ja, du würdest es in der Froschhaut nicht bis zum Schluss aushalten. Eine Schönheit wie du erträgt kein Dasein als Frosch. Okay, all right. Ich helfe dir. Nur wenn du mich küsst. Lieber sterbe ich. Okay, ich helfe dir auch ohne Kuss. Kachet ist nicht unsterblich. Kachets Herz ist eine Nadel. Wenn du ihn töten willst, mein Lieber, dann aschernack dir die Nadel und zerbrich sie. Sonst ist er unsterblich. Das Teil hier kannst du vergessen. Die Nadel steckt in einem Ei. Das Ei ist in einer gläsernen Glocke. Die gläserne Glocke hängt in einer goldenen Eiche. Die Eiche steht im Westen. Wo finde ich diese Eiche? Ganz einfach. Great! Von Nikotin ein einzig Gramm zieht der Kuh den Euterstrand. Nur damit das klar ist. Ich küsse nicht gern Frauen, die rauchen. Trotzdem danke. Ich küsse nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Alexander ist auf der Suche, nach dir Lass ihn ruhig suchen, ich bin unsterblich Unsterblich, lächerlich, nobody is perfect Was weißt du, spuck es aus! Was? Was ist denn das für eine Kaffeesorte? Verdammt nochmal! Instant! Genau! Dann gibt's kein Zweifel! Woher weißt du, dass ich sterblich bin? Diese Information kostet dich einiges, einiges Aha! Ich kapier, deswegen bist du hier Um mit mir Business zu machen Ach, warum eigentlich nicht? Jedenfalls Habe ich dich sehr vermisst Weißt du? Zwei endlos lange Jahre Ist unser letztes Meeting hier Ganz schön lange Dafür, dass wir geschieden sind Oh, ja, ja, ja Was willst du? Du musst du nicht machen? Du bist du nicht vernischt? Ja, lach nur, Alexander wird das Ei mit der Nadel vom Runde des Ozeans. Heraufholen, mein Liebling, darauf kannst du Gift nehmen. Weiß nicht, wer das Ei zerbrechen kann. Guck doch, guck doch in deinen verdammten Spiegel. Du bleibst hier. Was immer du sagst. Mach keine Eiscreme aus mir. Nein, keine Eiscreme. Aus dir mache ich blutiges Böfstroger, noch verstanden? Ich bin dein Schutzengel. Geh zu sein. lessgroем. Has ele die increments